Die Multi-Trainingstation von der Firma Finlow, die M4, ist genau die Maschine hier. Hier haben wir Möglichkeiten und endlich viele Möglichkeiten an Übungen auszuführen. Rechts und links greifen, Kopf ablegen, für die Brustmuskulatur Schrägbank drücken. Die Finlow M4 hat folgende Verstellmöglichkeiten. Und zwar haben wir hier einmal, alles was rot ist in der Maschine, hat eine Funktion, eine Verstellfunktion. Hier habe ich die Möglichkeit drauf zu drücken und entsprechend hier das Ganze einzustellen. Hier haben wir noch unten, wenn wir nach unten gehen, haben wir die Sitzvorstellung. Und zwar haben wir hier einmal den horizontalen Sitz und da habe ich hier auf der Seite einen Hebel, einen Zughebel. Und entsprechend dessen habe ich hier die Möglichkeit, den Sitz für die jeweilige Übung optimal einzustellen. Zusätzlich kann man natürlich hier die gesamte Vorrichtung entfernen, indem man einmal das hier nach oben nimmt. Hier unten ist ein roter Hebel auf dem Boden, ganz vorne in der Maschine. Drauf drücken mit dem Fuß und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Maschine komplett auf die Seite zu fahren. Wenn ich jetzt hier die Hebel nach hinten lege, beide Seiten natürlich, dann habe ich hier oben die nächste Möglichkeit, die ist diesmal nicht rot, sondern die zwei schwarzen Hebel. Nach vorne, nach innen und jetzt habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, diese Zugvorrichtung zu benutzen. Einmal natürlich in diesem Bereich oder auch im anderen Bereich, nach vorne für die Brustmuskulatur. Und so hat man natürlich zig verschiedene Möglichkeiten im Gerät, aber nur unter Voraussetzung, man weiß natürlich, wo man was verstellen kann.